Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle. Es sind Erfahrungen. Ich will leise Träume träumen und mit ihrem Glanz, wie mit Ranken, meine Stube schmücken zum Empfang. Ich habe Geduld für Jahrhunderte in mir und will leben, als wäre meine Zeit sehr groß. Lass deine Hand am Hang der Himmel ruhen und heul dich stumm, was wir dir dunkel tun. Sein Blick ist von vorübergehender Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Wie Mist, als ob es tausend Stäbe gäbe und in nur tausend Stäben keine Welt. Olu, in einem Gedicht, das mir gelingt, ist viel mehr Wirklichkeit als in jeder Beziehung oder Zuneigung, die ich fühle. Ist es möglich? Ja. Ist es möglich? Ja, ist es möglich? Ja, ist es möglich. Einmal am Rande des Hains stehen wir einsam beisammen und sind festlich wie Flamme. Wunderliches Wort, die Zeit vertreiben, sie zu halten, wäre das Problem. Denn wen ängstigt's nicht? Wo ist ein Bleiben, wo ein Endlichsein in alledem? Ach, in meinem wilden Herzen, in meinem wilden Herzen, nächtigt obdachlos die Unvergänglichkeit. In meinem wilden Herzen, nächtigt obdachlos die Unvergänglichkeit.